Nein Jetzt bin ich nicht unbedingt, aber egal Was ich für den Stern nicht mache So Und Wow, perfekt Sehr gut So hört sich das immer an So Rein mit uns in Stern aus Von der Nacht zum Castle Und dann haben wir die Welt auch beendet Was so ziemlich eigentlich auch Flott ging Weil wir denken, dass ich auch nur hier Wahrscheinlich auch für eine Stunde brauchen werde Aber Das werden wir gleich sehen Wie ich mich im Castle am Ende anstelle Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das Castle nochmal war Also Fragezeichen, Fragezeichen, ne So Jetzt können wir ein bisschen chillen Ein bisschen das Level überspringen Kommt mal Daran bin ich gefehlt Ah, wohl hier einfach nur Lächerlich Das Item, das brauche ich erstmal gar nicht Wir haben nur was besseres Wir haben Propellerheld Oh ja So Ich bin ein schweigsamer Mensch Mensch So Jetzt warten wir Warten wir Warten Eigentlich kann man es auch ohne diese Teile machen Theorie ich ein bisschen Zumindest Aber wir bleiben trotzdem Bisschen auf Oder doch Aber doch Doch, doch, doch Das kann man auch ohne diese Zeit Geht's in die Halbzeitwahl und ich bin schneller als du Ich bin ja King Oh, hier waren Münzen Oh Gott Hab ich das übersehen? Oh mein Gott Nebenwomens momentan Gar nicht 99 Leben Oh je Eine Frage würde ich immer gerne an die Kommentare Diejenigen, die jetzt zuschauen Wie weit wart ihr da eigentlich? Habt ihr da auch schon die 99 Leben? Oder Noch nicht geschafft? Oder seid ihr nicht so weit gewesen wie hier der Baba? Baba Hier war der Propeller Hätte ich jetzt eigentlich nicht einsammeln sollen, ne? Aber ist egal Wir machen Risky So Das muss irgendwo mit ein Pau kommen Ah, hier Hier war's doch So Sehr gut Boah Endlich Jetzt passiert mir nix mehr Sehr gut Ui Und One up Was uns erstmal nichts bringt Auch Okay Und was one up Haben wir 99 Leben? Machen wir 100 Leben jetzt? Oder 101? Keine Ahnung Ist doch egal Ich bin einfach nur ein bisschen happy Dass ich jetzt endlich die 99 Leben geschafft habe Okay Für den einen oder anderen Ist es halt nichts besonderes Aber Für mich Ja doch 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 Schon was Weil Ich glaube ich kann mich selten erinnern Dass ich so schnell die 99 Leben geschafft habe Und vor allem was ich hier für Fails habe Auch wenn ich einmal diesen Reset gemacht habe Ich hätte die 99 auch Spätestens Nach dem Ähm Nach dem Ähm Äh Spätestens nach dem Ja nach diesem Level auch schon gehabt Und ich hab 95 Münzen Also Das wär schon möglich gewesen Ihr habt doch Und wir haben noch drei Münzen Das Äh Drei Münzen Drei Pilze Und dann Gehen wir auf Zum Castle Gegen Iggy Wenn es Iggy ist So Sehr gut Oh Da ist ein Propellerhead glaube ich nicht schlecht Stimmt hier kriegt man auch noch ein Propellerhead Also Hier ist ein Propellerhead Kein schlechtes Alter Oh Oh Alter Nicht runterspannen Mein Gott Gnade So Jetzt komm Kann mir beginnen Blöden Spritzen Das war mir klar Dass ich nicht rechtzeitig springen werde Aber okay Machen wir das halt ohne Propeller Wir haben acht Pilze Das schaffen wir auch so Ach doch das Krasse Das können wir schon schnell hin Denk ich mal Aber ich würde es ja nicht hinter mir bringen Bitte Bitte Gott Tu mir den Gefallen So Ja HWMD99 Wunderbar Stimmt ja bei mir jetzt die 99 gutzeitig verloren Oh Schrecklich Da kommt die Arroganz Lästige Arroganz Das war sie für was besseres hält als die anderen Ähm Bin ich für ein kleiner Schisser So So einfach holt man sich die Steakoin Die Steakoin Und da ist der zweite Punkt für die Starcoin Die Boah Einiglich nur so schwer Es ist einfach nur abwarten Imronik ist so oft So Na ja Wollt ihr mich treffen ne Habt ihr nicht geschafft So Haben wir es so gut wie Geschafft Aber da können wir auch ein bisschen Glück reden Weil es so schlau war Gut dass ich das mit dem Propeller so gut drauf habe Muss ich dir nicht sagen Ne Halbzeit fahren ja nicht mal schon Muss man und Ich glaube ich hab die übersprungen Aber ich glaube ich fähre auch nicht hier Oh na ne da ist sie doch Wäre auch kurios Boah Kann man ja nicht damit patchen Na doch Komm echt Na aber es kostet mir Zeit ne Wenn mir so einfällt Mal kurz was war denn hier Flieger Da gefällt mir doch ein Flieger lieber So Jetzt durch Jetzt zum Kampf Zum Kampf Zum Kampf der Gladiere holen Oh das kann man Oh Keine Ahnung Ich kann Warte Wupp Wupp Wuhu Au das kommt jetzt Hi Das mag ich auch so gerne Also den Kampf So Wettt verrückt Jetzt wird der groß Der Äh Kettenhund Also wie ist der So So Oh Mal auf die Art Nein Ich werde das jetzt erstmal Überspringen Bis gleich zum Kampf Kurioserweise Gegen mein Akkuleer Und mein WiiWi Hat gerade verrückt gespielt Das heißt Dass mir ein paar Leben Gekostet wurden Ich habe jetzt aus dem Inventar Einfach ein Propeller Eingefügt Meine Batterien Jetzt ausgewechselt Und jetzt müsste ich Das Castletz besser beenden Und wir haben leider Keine 99 Ups So Okay Nein Diesmal nicht So Äh Nein Scheiße Ja Du bist tot Du bist tot Du bist tot Ja Entschuldigung Ja Fünfte Welt abgeschlossen Gottes Willen War das ne Zeit Und jetzt können wir Zwei Nein Ich habe ein Mikrofon Ich müssen Tut mir leid Das Mikrofon Das Mikrofon Mikrofon Da 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 ist Peach Tschüss Ja Zeigen wir an Ich habe Welt 6 Errscht Und da erwartet uns Morten 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 Ja Wie auch immer Welt 6 Das wird bestimmt Sehr failreich sein Garantiere ich euch Also da werden Noch peinlichere Fails kommen Als in Welt 2 Ja Ja Das kann ich mal so sagen Also Ja Da könnt ihr euch schon mal freuen Und jetzt Können wir endlich mal auflösen Wohin diese Kanone uns bringen Ob es uns jetzt in Welt 5 bringt Oder Welt 6 Das können wir jetzt mal sehen Aber ich glaube Ich mache jetzt einen Tipp Welt 5 So Und ich habe recht Also hätte ich auch gleich Die schnellsten Aufnahme betätigen können Aber es wusste ich nicht Also es ist egal Stern Mario So Hätte uns hierhin gebracht Und Welt 3 Die Kanone So Oh Haben wir einen Stern Gottes Dank Ich habe keinen Bock auf den Komm her Tschüss Jetzt einen Stern einzusetzen Das bringt ja auch gar nichts Aber okay Okay So Dementsprechend kann ich jetzt mal sagen Ja Während ich jetzt die Aufnahme Wir sehen uns dann In Welt 6 wieder Wenn es wieder heißt Beepointe ist wieder am Werk Bis dahin Ciao Bis dann Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017